... Brot hatte und wir verimpfen im Kreis Bergstraße alleine in unserem Impfzentrum ja derzeit mehr als 1300 Dosen am Tag. Das war's jetzt und wenn ich beim Thema Impfen bin, das ist heute, dass die Personen, die impfen, sind heute die Subjekte, meine Herzchen, also meine Herzchen heute für alle, die beim Impfen und beim Testen helfen, die Impfungen und Tests durchführen, die dabei helfen, dass auf diese Weise die Corona-Pandemie besser und schneller in den Griff bekommen wird. Wir befinden uns deutlich auf dem Weg der Besserung. Ich hoffe, wir bleiben auf diesem Weg. Dies hängt ein Stückchen an uns allen, aber es gibt eben manche, die durch ihre Berufe beim Arzt, im Impfzentrum, in Testzentren ganz besondere Beiträge leisten. Ihnen heute Abend ganz herzlichen Dank. Einen schönen Abend für Sie alle.